Leute, jetzt was ernst, gell, also, vielleicht ein bisschen mit Ansage, dass ich irgendwas abdürfe. Wenn jetzt da so ein Atomblitz aufsteigt, dann war meine Ladung zu stark. Ich sag euch dann, wenn ich zünde, genau, ich hole mal den Wagen. Zündung! Ja, geil! Ja, geil! Ja, geil! Ja, geil! Ja, geil! Ja, die Sack! Ja, geil! Ja, geil! Ja, geil! Also, ich komme mit drei! Ja! 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 Der Krissbaum fliegt. Der Krissbaum fliegt. Der Krissbaum fliegt. Wie in einem russischen Puch, du, der hat mir geleuchtet. Kennst du dich da aus? Ja, wirklich. Nein, nein, die fucke ich schon noch. Der Unterwaldhöhe ist gut, dann haben wir einen Scheibenkontrast. Super! Sehr gut!